hallo zurück zu einer neuen folge keep talking nobody explodes und diesmal ist die angeschissene ganz genau das war unser schönes bieten folge schon so die ich so königlich verkackt habe jetzt bin ich dran königlich zu verkacken auf einem roten thron das war das module und ich bin bei mir erster dass wir das bleiben oder die nächste woche ich werde ich schon so beraten ich lasse die stopp ohne glauben ja gut dann habe ich muss mir auch keine sorgen machen alles klar dann starten wir jetzt bin bei den kabeln falls sein optimismus muss ja auch was leichtes hoffen ja sie gut aus kabel und symbole erkenne ich schon achte scheiße fangen wir haben mit kabel fünf stück zwei gelbe fünf stück zwei kabel schwarz nein denn halt nicht exakt ein rotes nein denn halt auch nicht keine schwarzen zwei schwarzen denn das erste kam richtig symbole ein umgedrehtes fragezeichen ja das verkehrte eben mit dem punkt ja das kringle ja und so ein komisches haar mit ja 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 okay dann hast du das eben die punkte ja ein kringel ja und dann hast du das haar okay und fragt jetzt haben wir das mit diesen komischen wörtern nun steht oben mit den augen wo man guckt ja genau die jungen mitte rechts bitte da steht zur sicher okay hast du ja ausgeschrieben ja okay und rechts unten rechts und rechts hast du ein ja also sicher okay dann darf ja habe ich bin ich ja ja unten rechts unten rechts ein uhr hast du denn ja genau dasselbe bitte drücken okay philippe die bombe immer noch aber ich habe andere noch mal okay dann haben wir noch mal symbole ja am start sie haben wir mit umgedreht ein fragezeichen umgedreht ja ein umgedreht ja und einen weißen stern okay dann hat er das eben mit dem punkt ja denn das c ja und fragezeichen okay detonation button gelb ja gedrückt halten weil ein glück wir hatten dass ich gerade das von mir wenn das nicht drauf steht drücken und wir loslassen ja der war rot aber das ist ein allgemein und das sind jetzt gerade wieder eine sekunde und 24 millisekunden davor habe ich wieder losgelassen da steht ja gar keine farbe dazu ja das brauchte anschließt deswegen bin ich von ob auf die rote drauf reingefallen okay jetzt aber gut dass man mal gesagt hat ja natürlich und die miese zeit das ist noch mal machen wieso eine sekunde eine sekunde und 24 millisekunden da war nichts mehr mit bei 1 loslassen aber auch nur was das angeht aber ich habe ich habe ich habe gedacht dass mit dem detonate ist auch nach farbe deswegen hatte ich das hier gar nicht gesehen das war das ist ja fies das hatte ich auch letztes mal auch angeschlossen aber es ist jetzt gemerkt also und auch für euch ihr lieben leute draußen was euch nicht vom detonate anscheinend ja genau falls es jemand spielt einmal ein ausrufezeichen da hängt ja okay dann machen wir kontinuier kontinuier und das geht gut los kein raum für fehler heißt die bombe ok ich bin ich der erkläre 5 minuten 1 2 ok ich habe kabel und ich bin nicht bereit ok dann starten wir ich weiß ja das ist beim arsch ok fangen wir mit symbolen an fangen wir meinetwegen auch ja ja dann leg mal los ok dann haben wir einmal den schmetterling ja das c mit kringel mit 3 ach im kreis ja dann haben wir dieses abgeschnitten er ja und ein das ist eine arschbacke das die arsch mit ohr ja genau c im kreis ja arsch mit ohr ja ach so denn erst schmetterling und dann dass er sehr schön okay dann machen wir mal gucken ob wir noch mehr symbolen bleibt dann machen wir kabel dann muss aber noch eine einfache ja okay ich lasse ich habe einmal 246 hast du keine geld ein gelbes ein schwarzes jede farbe vor exakt zwei rote auch exakt ein gelbes ja okay also mehr als ein weißes nein denn halt eben nicht rote hattest du auch ne ja denn das vierte 1 2 3 4 ok dann nochmal dasselbe sechs kabel ok keine gelbe keine gelbe ist denn die letzte ziffer der seriennummer ungerade nein exakt ein gelbe ist ja keine keine roten ein rotes denn das vierte ok richtig denn machen wir erinnerungen ach du meine die ja dann fang ich mal an zu erinnern ich bin bereit die 2 2 drücke den knopf in der zweiten position also die 1 die 2 denn hast du dieselbe position wie stufe 1 die 2 ist ja langweilig dieselbe aufschrift wie in stufe 1 die 1 die 1 die 1 glaube ich ja doch jetzt habe ich wieder zwei die 1 aufschrift wie in stufe 1 die 1 glaube ich ja ok jetzt haben wir das mit den augen mit den wörtern das ist gut okay los you are ausgeschrieben unten rechts wie immer hast du ein buch er ein einzelnes ja denn das okay habe ich mal nicht das aus dann haben wir ein c ja oben rechts oben rechts haben nun hast du einmal blank ja denn drücken blank ok da war ein you are ausgeschrieben ok wieder mal unten rechts ok dann habe ich einmal nur aber mit einem stock dann habe ich next doch das war doch richtig next dafür drücken jetzt mal irgendwas mit ja okay wir haben keine fehler explodiert die denn schon ja keine haufe fehler 12 und das ist ja aber bei dem anderen hast ja das war ja auch drei streiks länder wurde zwei häkchen hast und denn komisch dass das schief hattest du denn jetzt gar kein display wo denn ich sie drinnen sind oder ach so ach so ja gut noch mal hier keine fehler das war jetzt merkwürdig das war ja der merkwürdig vielleicht ist der nächste auch vielleicht ich denke mal ich habe etwas verdüttelt also ja ja wer weiß egal wir waren jetzt im next moment genau weil ich versuche das kriegen genau kabelarsch wehe deine folge hat dann hat nicht zwei richtige bomben okay machen wir erstmal detonit richtig habe 246 kabel exakt zwei gelbes ein weißes aber das zwei gelbe ja okay keine roten keine roten denn hast du das letzte kam richtig denn haben wir exakt sechs kabel drei rote keine gelbe ein gelbes und mehr als ein weißes nein nur ein roter hattest du ja denn das vierte 1 2 3 kommt das 1 2 3 4 richtig ok ok jetzt haben wir memory wieder erinnerung ach so ok dann leg mal los da haben wir die 1 denn bitte zweite position sollst du kriegen ist eine 4 ok eine 4 denn hast du dieselbe position wie in stufe 1 also eine 1 eine 4 dann hast du jetzt die dritte position also eine 3 was die dritte position wollte mich hier rollen oder was ja die dritte position habe ich gedrückt also die dritte zahl aber das ist das ja ja die dritte nummer da an der reihe genau ja habe ich gedrückt kannst du nicht mal bis 3 zählen ich scheinbar nicht ja rollt ihr mich hier oder was was ist denn das für der verarschsprung heute haben wir irgendwas übersehen oder was was denn haben wir irgendwie ein vokal übersehen oder sowas oder batterien oder sowas die vokale sind bei ihr dann rum ja unten ja komisch hm egal letzte runde alle dinge sind alle guten sind bereit einmal machen wir noch sonst denn länger hat meine nerven das noch nicht aus wobei langsam wir diesen krügel hier du kannst ja nicht angehen ok auf der seite schon mal gar nix sensationell dann starten wir mal ok dann los kabel ja nee zuerst machen wir memory pick ob je nachher älteren things ja ok einer 1 drücken sie denn die zweite position ja ok einer ist noch eine 1 denn haben wir eine 4 denn hast du dieselbe position wie stufe 1 also ja weiter ja was war eine 2 eine 2 äh aufschrift in stufe 1 also eine 1 ach nee eine 4 was und die mich überraschen oder was da hast du dich gerade selbst da haut doch was nicht hin ne das hören wir erstmal auf das überprüfen wir erstmal aber das memory funktioniert nicht mehr das muss doch irgendwie noch funktion ich bin doch nicht so tupin und ich habe mir auch eine aufgeschrieben so memory kommen hier da ist natürlich was auch sonst ok jetzt habe ich mir aber auch hier ok wir haben die 1 denn die zweite position zweite position ist eine 3 eine 1 denn die aufschrift 4 haben wir es die zweite position ach das ist doch so ich kriege die jetzt hier eine 4 denn aufschrift 4 erste position die 1 denn dieselbe position wie in stufe 1 also 2 ok die 4 denn die aufschrift 4 in stufe 3 1 2 3 4 war das genau ah ist da geschafft ok button mitten holt weiße ok wenn man weiß wenn man weiß wenn man weiß wenn man weiß ist der knopf gelb ist der knopf hoch ok ok halte mach blau ich halte denn die 4 ja da hättest du aber 30 und er sagen können döö ich reprodukt mich hier nur weil sie eine bessere zeit haben will ja ich will nicht auf dem letzten platz sehen ok wir haben jetzt paar kabels die einfachen ja natürlich einfach sehr gut denn wie flachst du denn sechs stück drei gelbe zwei schwarze und ein rotes wer als ein weißes hast ja nicht ne ne hallo ja ich bin noch da nein habe ich nicht ok denn das vierte 1 2 3 4 ja ok kabels sechs stück mehr als ein weißes ok exakt ein gelbes nein keine gelbe ja hast du die letzte serienummer und gerade das ist eine 0 ja oh gott was ist jetzt 0 ist das gerade und gerade das ist gerade ok dann fällt das ja weg rote hattest du ne ja denn das vierte 1 2 3 4 wörter dieses augending 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 ok geht los you mitte rechts mitte rechts steht bei mir yes hast du ein ok ausgeschrieben ja ok denn da ok mache ich doch blatt ok led ok ok mitte links mitte links steht für es ok hast du ein left ein left ja ok einer kommt mit einer konzentrischen display passt ja noch an den links unten rechts unten rechts steht uhr ausgeschrieben j u r ok hast du ein u h u h u h nein hast du ein u a ausgeschrieben dass er sein erne das a r d a r e also die a r e ja ok dann da was sagt die keule was darf ich darauf erstmal noch vier minuten übrig und ein erfolg was will man ja auch nein ich habe mir meine mein nerven am ende nach diesem memory debakel hier und wir haben immer aufgehört jetzt geklappt hat die letzte woche nicht da sind wir mit den kurz explizierten das war ja auch wieder ich lass mich doch einmal mit dem erfolg aufhören bitte ja wir machen eine ausnahme wird gerne das erst mal wir lassen jetzt mal eine runde feiern dann können wir wieder rein und ich freue mich schon drauf wenn die brezel dran ist mit ihr keine fehler ding hier ja ich weiß nicht ob ich mich freu aber das werden auf jeden fall ein paar lange serien werden die heißen denn bombe 535 der vierte versuch geht denn jede folge eine stunde mit einer grauhaarigen power brezel kündige ich daher also falls du denn jemanden anderes hört dann wisst ihr bescheid ich habe deswegen gekündigt ja ein nervenzusammenbruch erlitten weil keep talking in dennoch im krankenhaus oder so oder besser gesagt in der klatsche denn muss man nur rotes kabel schreien denn springt eigentlich eingesperrt weil ich halt eben morddrohungen aussprechen was ich glaube das spiel ich spiele mal lieber hier abenteuer auf dem ponyhof oder sowas ja 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 genau und barbie rettet die welt und so ja ja traumhaus oder aber ich glaube da krieg ich auch morddrohungen von alles klar in dem sinne jetzt haben wir das video noch länger gequatscht also das war nicht geplant aber es war trotzdem eine schöne folge mit euch ja klar klar mit der power press definitiv definitiv nicht aber das wird noch mal ausgewertet also das lass ich so nicht auf mir sitzen ja dann werte mal das spiel sitzt am längeren hebel ja definitiv haben es trotzdem geknackt also na klar dann sagen wir tschüss und bis zum nächsten mal genau bis zum nächsten mal